Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir probieren was zu looten. Und alles schleimig, dann willkommen zu einer kleinen Runde Lucky Survival Games. Dem Spielmodus, der schon seit 10.000 Jahren nicht mehr auf meinem Kanal gekommen ist, aber ich habe ja generell gar kein PvP mehr gemacht. Früher war dieser Spielmodus auf jeden Fall ein sehr renommiertes Format auf meinem Kanal, auf dem Fun-Vill-Song, aber scheinbar spielt diesen Spielmodus hier keiner mehr. Schaut mal, die Runde ist voll leer irgendwie. Das ist irgendwie nicht so cool, aber ich habe ein Steinschwert. Und das ist eine tolle Sache, Leute. Das ist wirklich eine tolle Sache. Okay, 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 okay. Ich habe kein schlechtes Equipment für den Anfang. Anders als habe ich auch keine Skills. Aber vielleicht kann ich jemanden holen. Das wäre eine super Sache auf jeden Fall. Leute, da lang. Da ist immer jemand. Immer links. Links ist immer toll. Der ist schon so gut wie in meiner Tasche. Oder so. Oder auch in meinem Inventar. Seine Items, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber jetzt habe ich ihn leider verpasst. Und mein... Der hat Hacks. Der hat Hacks, Leute. Das sind Hacks. Nächste Runde. So, und dann sind wir auch schon in der zweiten Runde. Also schon ist gut. Denn für euch waren das jetzt ein paar Sekunden. Für mich waren das Ganze fünf Minuten. Diese Runden hier sind so leer, dass es einfach ungefähr fünf Minuten braucht, bis man von einer Runde in die nächste kommt. Und das ist echt nicht cool, Leute. Ab in die Mitte. Und ich probiere mal... Am besten was hat Equipment. Streich wird... Da ist noch mehr. 20 Sekunden Schutzzeit. In der Zeit hole ich mir noch ein schnellen Dierschwert. Und dann habe ich eigentlich auch schon gewonnen. Und dann würde ich mal sagen, dann war es das auch schon fast mit dem Video. Und während ich jetzt die Ammoderation mache, würde ich einfach mal sagen, lass jetzt erstmal ein Like da. Und ich gewinne noch schnell diese Runde. Man, nie. So schnell geht das, glaube ich, doch nicht. Hier muss doch irgendjemand sein. Ich kann euch doch schon riechen. Irgendwo hier ist doch jemand. Komm nicht über den Zaun drüber. Das ist echt gut abgesichert. Mann, die haben hier sicher alle Routen. Ich laufe mal einfach diesen Weg hier nach. Er wird mich sicher irgendwo hinführen. Oh, hier ist jemand. Oh. Oh, 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 oh. Das ist ja hochinteressant. Habe ich schon erwähnt, dass wir Lucky Survival Games spielen und dass es diese komischen Lucky Blöcke gibt, die immer wieder irgendein random Event hier gerade hier starten? Manchmal werden doch einfach alle Spieler durchgemischt. Och, Mann. Den hätte ich vielleicht gekriegt, vielleicht. Vielleicht wäre ich auch verreckt. Das wäre wenigstens Spannung gewesen, Leute. Hier ist eine Kuh. Da war doch jemand, Leute. Das kann mir jetzt keiner erzählen, dass ich mir das eingebildet habe. Da war ein Name, Mann. Da war ein Name. Oh, nee. Das scheinbar doch nicht. Das war vielleicht eine Kiste. Aber es hat mich immerhin auf eine... Da stand doch gerade ein Typ. Da waren die... Nein, verdammte Kacke, Mann. Rennen. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Nein, 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 nein. Ich brauche ja nicht so ein Lucky Ding, was ich vielleicht abhängen kann. Vielleicht wieder so ein TT. Das wäre ganz geil. Verdammte Scheiße, Mann. Verdammte Scheiße. Sieht ganz schlecht aus für uns. Okay, der Typ, der haut... Oh, da hinten kommt noch jemand. Vielleicht kann ich die in dein Gefecht verwickeln. Oh, okay. Jetzt muss ich aber mal die Beine in die Hand nehmen hier. Das ist doch nicht... Das ist doch nicht ernst. Prügelt euch mit eures Gleichen und nicht mit so einem schwachen Typ wie mir. Ich habe doch gar kein Equipment. Das ist doch unfair. Oh. Okay. Ah, habe ich es euch gezeigt. Verpisst euch und lasst euch nie mehr wieder blicken. Ähm. Männ... War männliche Aktion. Hier, hier muss doch noch irgend so ein Lucky Ding sein. Ich glaube, ihr habt es schon ganz gut verstanden, was das Prinzip von Lucky Soweit jetzt ist. Im Prinzip sind hier überall solche Schwammblöcke und da klickt man dann drauf und dann passiert irgendwas ganz Tolles oder was ganz Schreckliches. Und das ist dann immer Zufall. Naja. Manchmal verreckt man doch einfach, weil irgendwas ganz Schreckliches passiert, aber... Na, das ist halt Zufall und man kann es halt einfach nicht wissen. So. Einfach mal... Diese Spinnenweben. Was hat sich der Map-Ainsteller hier gedacht? Hey. Ein cooler Map, ne? Wir verteilen einfach mal überall Spinnenweben. Das macht sicher den Spielern ganz viel Spaß dann, wenn sie... Oh, das Deathmatch. Das... Das Deathmatch! Der geht natürlich auf mich direkt, der Typ. Das war nicht cool, Mann. Das war echt nicht cool. Bad Game. So, und da wären wir schon in der dritten Runde. Wenn diese hier auch nur halb so gut läuft wie die letzte, dann haben wir doch schon mal ein solides Video hingelegt. Der eine Typ hier, der ist direkt ausgeschieden, der hat sich direkt gedacht, nee, der Wollre ist drin, da versuche ich es auch direkt gar nicht, da gebe ich direkt auf. Und das, finde ich doch mal, ist eine schöne Aktion. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir probieren was zu looten. Okay, da... Nein, verdammt! Das Schwert wurde mir wieder aus dem Inventar rausgenommen. Das ist sowas von unfair. Solche Diebe! Ich habe noch ein Ei. Ein Ei, aber nur. Blöd. Okay. Nee, ich habe insgesamt zwei Eier. Ja! Okay, und eins habe ich noch geworfen. Ein bisschen... Ein bisschen... Vergesst es, Leute. Vergesst es einfach. Und was war das jetzt? Hat das irgendwas bewirkt? Warum ist es jetzt Nacht? Das macht mich... Das macht mich nervös, alles, Leute. Das bringt irgendwie gar nichts. Also teilweise verstehe ich diese Lucky Blocks echt nicht so ganz. Weil manchmal einfach Sachen passieren... Boah, die ist ja biet, Alter. Okay, manchmal passieren einfach Sachen, die ich einfach nicht verstehe. Das ist ein bisschen blöd. Da unten ist ein Licht. Da ist sicher jemand. Sicher kann uns jemand helfen. Hallo, ich brauche Equipment. Hallo. Oh, fuck. Ihr seht mich nicht, Leute. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Okay. Okay. Ich kriege nie mal ein Schwert. Und das ist... Okay, ich brauche echt Glück. Und das habe ich nicht. Ich habe nie Glück eigentlich. Aber wenn ich Glück hätte mal, dann könnte ich vielleicht hier unter anderen... unter Umständen noch was reißen. Was ist das? Ich kriege hier nichts. Ich habe sowas von wenig Glück in Lucky Survival Games. Und in Lucky Survival Games muss man Glück haben. Und es startet gleich das Deathmatch und ich habe nichts. Verdammte Scheiße, Mann. Ich muss rennen. Und vielleicht probieren, von irgendjemandem was abzugreifen, wenn er stirbt. Ja, hier, hier. Verdammte Scheiße, Mann. Der hat ein Tierschwert. Wahrscheinlich wird das Video 10 Minuten lang. Ich nehme jetzt schon seit einer Dreiviertelstunde auf, weil ich ja die ganze Zeit wieder volle Runden suchen muss. Aber wenn ihr mal Bock habt auf so einen unterfüllten Spielmodus, das Gegenteil von Gomme, wo du nirgends reinkommst, dann schaut doch mal auf dem Fun-Willster aber vorbei. Und da hier Lucky Survival Games. Das ist eigentlich kein ganz cooler Spielmodus. Ich habe den früher immer wieder mal gespielt. Ja, also wenn ihr Bock habt, schaut hier gerne mal vorbei. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr über eine positive Bewertung freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn nicht, dann lasst es einfach bleiben. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann, bleibt schleimig und tschüss.